Dieses Video bietet Ihnen didaktische Informationen für die Verwendung des Werkstattbeispiels der heiße Draht in Ihrem Unterricht. Die Erarbeitung des Beispiels ist ab der sechsten Schulstufe möglich und ist fächerübergreifend konzipiert. Die Spielbahn für dieses Projekt kann im Werkunterricht gebaut und gestaltet werden. Die Programmierung des Calliope Mini kann klassisch im Informatikunterricht, aber auch fächerintegrativ im Physik- oder Werkunterricht erfolgen. Da ein simpler Stromkreis angewandt wird, ist es sinnvoll, parallel das Thema der Leitfähigkeit im Physikunterricht zu besprechen. Je nach Wissensstand der Schülerinnen und Schüler und abhängig von der geplanten Variante sollten zwei bis vier Unterrichtseinheiten zu je 50 Minuten eingeplant werden. Für den Programmierteil werden die Konzepte schleifen und bedingte Anweisungen verwendet. Für die Umsetzung des Spielfeldes im Werkunterricht wird ein Stück Holz mit den eingeblendeten Abmessungen benötigt. Darüber hinaus braucht man für die Spielbahn und den Spielstab einen biegsamen Draht, zum Beispiel Eisen oder Kupferdraht, und etwas Isolierband. Idealerweise sollten diese Materialien in Klassenstärke verfügbar sein, sodass jede Schülerin bzw. jeder Schüler eine eigene, individuelle Drahtbahn gestalten kann. So könnte die fertig gestaltete Drahtbahn aussehen. Als Werkzeug sollten Zangen und Bohrmaschinen zur Verfügung stehen. Für das Programmieren des Kaliope Mini werden für ein bis zwei Schülerinnen und Schüler je ein Computer mit Internetzugang, ein Kaliope Mini und zwei Krokodilkabel benötigt. Um den Ablauf des Programmes besser zu verstehen, kann das dargestellte Flussdiagramm mit der Klasse erarbeitet werden. Dieses soll den Schülerinnen und Schülern als Grundlage für die Implementierung des Codes dienen. Für den Physikunterricht steht ein Arbeitsblatt zur Verfügung, welches die Schülerinnen und Schüler zum Testen der Leitfähigkeit verschiedener Materialien auffordert. Das Werkstattbeispiel, der heiße Draht, lässt sich natürlich beliebig anpassen und erweitern. Eine Möglichkeit wäre, die Reaktion auf die Berührung des heißen Drahtes zu ändern. Anstatt der Holzspielbahn könnte das Spielfeld auch mit Kupferband auf Karton umgesetzt werden. Um dem Spiel noch einen Wettbewerbscharakter zu verpassen, könnte man auch eine Stoppuhr dafür programmieren. Für die Umsetzung eines Kartonspielfeldes benötigt man ein Stück Karton, eine Büroklammer, Kupferband, ein drittes Krokodilkabel und einen Spielstab aus leitfähigem Material, wie beispielsweise einen Nagel oder ein mit Alufolie umwickelter Stift. So könnte das fertige Spielfeld aussehen. Entscheidet man sich für diese Variante der Bahn, so muss auch der Programmcode zur Überprüfung der Berührung abgeändert werden. Denn die Berührung kann am rechten oder linken Rand der Bahn erfolgen. Da die Bahn so schnell wie möglich durchlaufen werden muss, bietet es sich an, zusätzlich eine Stoppuhr zu programmieren. Das Flussdiagramm für das Programm sieht dabei wie folgt aus. Am fertigen Programmcode sieht man, dass das Programm Variablen, rote und violette Bausteine und den Wert des internen Zeitmessers, hellgrüne Bausteine, verwendet. Nachdem die Stoppuhr fertig programmiert wurde, kann dieses Arbeitsblatt dazu verwendet werden, die benötigte Zeit der Schülerinnen und Schüler niederzuschreiben und zu vergleichen.